Und ja, zum zum, jetzt geht's los, zum geht's jetzt los. Also erstmal herzlich willkommen, liebe YouTube-Leute, und also herzlichst willkommen, ja, herzlichst, das klingt immer so ein bisschen so wie Routine, nee, 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 das ist jedes Mal ein herzlichst, ja, so ein richtiges herzlichst, nicht einfach nur so ein herzlich willkommen, also so ein typisches Tagesschau-ADZF herzlich willkommen nicht, sondern ein herzlichst Hypnos World bekommen, ja, also bekommen. Und natürlich auch für die Livestream-Leute, es sind sogar welche hier um die Zeit noch, eigentlich sollen alle schlafen wieder, ich sag euch mal noch die Uhrzeit, das ist wieder für die YouTube-Leute. Ich wollte so 18, 19 Uhr kommen, und dann ist aber Peter Pan aufgetaucht, und dann verschwand ich ins Schlummerland, ja, der hat mich mitgenommen, der hat mich mit Fädenstaub bestäubt, und dann bin ich mit Peter Pan ins Nimmerland geflogen, und dann war ich mächtig am rumfliegen und haben gegen Hook gekämpft und alles, und dann bin ich irgendwann mal wach geworden und dachte, oh, scheiße, man, wird jetzt ein bisschen spät mit Livestream wieder machen, weil ich mache ja täglich Livestream, und manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später, manchmal doch eher viel später, äh, letzter Zeit, äh, weil es ist, manchmal sind die Dinge halt so, ja. Ich weiß noch die schönen Zeiten, wo wir so um 20 Uhr angefangen haben, das war so eine schöne Zeit. Und dann hört das auf einmal auf, und dann wurde es noch später und später, dann kam der Peter, und, ja, auf jeden Fall, es ist jetzt gerade 0.34 Uhr, aber ich wollte unbedingt noch ein bisschen was aufnehmen für YouTube und ein bisschen mit den Zuschauern noch Spaß haben, ein bisschen hier, was Erotisches, ein bisschen Baguettes und ein bisschen, ne, so, Fondue machen oder so, und, äh, ja, und bevor wir aber anfangen, ja, muss ich mal sagen, bevor wir aber anfangen, ist ja fast wie bei so einer Wigelbumse, ne, also ich zeige euch das mal. Äh, ich war ja beim Bäcker, äh, vor allem, äh, dadurch, der ganze Tag war ein bisschen schwierig gewesen heute, ja, der ganze Tag war schwierig gewesen, jedenfalls, äh, ich war nicht einkaufen gewesen, hatte dann, hab noch nichts im Haus und wie, hab dann sozusagen in den Überlebensmodus umgeschaltet, weil ich war keine Lust zum Einkaufen, kennt ihr das, wenn man einkaufen muss und man hat aber keine Lust zum Einkaufen, äh, ist das so, übrigens, ich hab auch, äh, telefoniert, ich hab schon, ja, fast, ich hab TS gemacht mit Anna, Anna ist die, ihr wisst ja, von der ich schon öfters mal erzählt hab, die Counter-Strike macht, also Agro sehr viel, die spielt sehr viel gerne Counter-Strike, und auch Bog, äh, einer ihrer, die kennt sich ja alle so, äh, und die, das ist ja die, die mir sozusagen, die ich gefragt habe, wo wir damals diese Szene hatten, ja, soll ich sie anschreiben, soll ich sie nicht anschreiben, weil ich mich ja nicht getraut habe, ich schreibe ja hier nicht fremde Frauen an oder so, kann ja nicht fremde Frauen anschreiben, also hätte ich niemals gemacht, aber, ähm, ich hab dann mit den Zuschauern, die haben wir meine, hab ich mal gesagt, na, soll ich die jetzt anschreiben oder soll ich die jetzt nicht anschreiben, ich trau mich nicht so, aber die spielt Counter-Strike und dann könnte die mir vielleicht, wenn ich dann mal Counter-Strike irgendwann mal anfange, könnte die mir vielleicht Counter-Strike beibringen, so ein bisschen. Und dann meinten die Zuschauer immer jetzt mir, ja, schreib die doch einfach an, mach doch einfach so, und ich, nee, trau ich mich nicht, und dann, dann hab ich aber gesehen, dass die bei mir so einen Follower da gelassen hat, und dachte ich mir, ja, wenn die mir bei mir einen Follower da gelassen hat, dann darf ich die auch anschreiben, oder? Ich mein, die hat ja schließlich so einen Follower da gelassen, dann darf ich die auch anschreiben, oder? Und dann hab ich die angeschrieben und hab die gefragt, hätte der nicht gedacht, dass so eine Antwort kommt oder irgendwas, und dann hat die tatsächlich noch geantwortet, na gut, Cosima, machen wir, wenn Zeit ist, kein Problem. Und dann dachte ich, wow, juhu, schicke Delic, yeah, Strike, yes! Ja, und hab mich natürlich total gefreut wie eine Schneekönigin, und ja, jetzt haben wir nun endlich mal ja heute TS gemacht, haben wir ein bisschen gequatscht über Counter-Strike und so, hab dann nochmal ein bisschen rumgestellt, jetzt muss man mal gucken, ob es jetzt immer noch leckt, wie hat er noch ein paar Tricks, die wir vielleicht anwenden können, und dann hat sie mir gesagt, womit ich anfangen soll, damit ich ein bisschen leveln kann, also ich fang dann mit Deadmatch an und so, da kann jeder gegen jeden, vielleicht macht sie dann auch mit dem Bug auch, schon mal so ein bisschen. Die spielen dann mit ihren Smurfs, so wir wie bei LoL auch manchmal mit ihren Smurfs da spielen, ich meine, ich spiele ja auch mit dem Smurf, ja, bei LoL, ich hab ja auch einen Smurf, hier, ich spiele normalerweise Challenger, und aber damit ich halt auch mit den Zuschauern spielen kann, spiele ich auch mal mit meinem Smurf halt, und, ähm, ja, ebenfalls, endlich mal, haben wir endlich mal TS gemacht, war schön, war ein geiles, geiles Ding gewesen, ja, schön, schön lange, und, äh, ja, und, war gut, also, mal gucken, was uns da, was uns alles da erwartet, ja, und ich hab ihr auch erzählt, wenn ich aufnehme, Counter-Strike, ich werde dann, wenn ich, wenn ich dann, wenn es dann losgeht mit richtigen Leuten, dann will ich aber auch so spielen, dass auch die Zuschauer was lernen können, also, dass vielleicht sie uns Sachen erklärt, oder Bogen uns Sachen erklärt, äh, damit auch die Anfänger, die keine Ahnung von Counter-Strike haben, vielleicht sich auch für Counter-Strike begeistern können, ja, das ist ja auch ein Hardcore-mäßiges Strategiespiel, da musst du um Geld, da geht's um Geld und alles mögliche, nur Rumgeballer ist da gar nicht, Rumgeballere, ja, das gehört auch dazu, weil du musst auf Strategie da, und da muss ja, die andere Mannschaft muss da aussehen mit dem Geld, und dann denkt, voll was los, ja, das, das Ballern ist nur die eine Geschichte, da steckt noch viel mehr dahinter bei Counter-Strike, logisch, warum sonst, warum sonst so viel, nur wegen dem Tod schießen, das kann's ja wohl alleine nicht sehen, dass die Leute jahrelang Counter-Strike spielen, da muss also hinter Counter-Strike, muss also irgendwie mehr stecken, sonst würden die ja nicht stundenlang, Tage, jahrelang Counter-Strike spielen, da muss also mehr dahinter stecken, als nur Köpfe abschießen, also da muss schon mehr dahinter stecken, und genau dieses mehr, das wollen wir ja uns erklären lassen, das wollen wir ja herausfinden, wie alles und so, damit wir wissen, warum spielen wir immer, wir wollen ja mit, mit, dieses, äh, mitfiebern, deswegen, darum geht's ja, und wir uns hier, gerade eben, hatten wir mit den Zuschauern, hier gerade eben, ähm, also die Bäcker-Geschichte, ich, äh, war ja nicht einkaufen, da hab ich versucht, beim Bäcker noch alles Mögliche abzustauben, aber kam ich zum Bäcker, meinte, habt ihr noch Brötchen, nein, keine Brötchen, die sind alle heute Morgen schon verkauft gewesen, mit Würstchen, alles Mögliche, ja, warum nur keine Brötchen mehr, ich brauch doch aber Brötchen, ich hab ja jetzt gar nichts, ich hab ja nur Brot im Haus, und was mach ich denn jetzt, dann hab ich aber was kostenlos bekommen, ja, so Waffeln und sowas kostenlos, weil ich so ein trauriges Gesicht gemacht habe, und, äh, dann hab ich noch, hier, für Außerirdische, extra, ja, äh, war ja so wie Nathalu zum Beispiel, Nathalu, die braucht ja Blut, und ich brauch ja sowas hier, was, ihr seht ja, das ist Getränk für Außerirdische, und, äh, ja, nix beim Bäcker, alles weg gewesen schon, und das war noch früher, das war ja nicht so spät, das war, was war denn das jetzt, äh, ja, 16 Uhr oder sowas, ja, also, ist jetzt nicht so spät, kann man sagen, irgendwie so, ja, alles weg gewesen, pff, das ist ein, das ist ein Ding, oder, achso, und die hier noch, halt ich auch noch, und da hab ich die gefragt, da gibt's drei Sorten, einmal ne Bumse, dann diese Dingse und ne, und die Bamse noch, und, da meint die, Favorit sind, sind aber, ist diese hier und das andere, meinte ich ja, dann gib mir mal die grüne, weil ich denk immer, hoffentlich schmeckt die jetzt gut, nicht, vielleicht, also das ist nicht so ein Favorit in dem Laden, das wird nicht so gekauft, aber hier, man darf nicht vergessen, das kaufen ganz viele Kinder, bei mir sind ja hier zwei Schulen und ein Kindergarten, ja, also, hier bei unserem Bäcker sind 80 Milliarden Kinder, also, deswegen fragen die mich ja immer, was bist denn du, Frau oder Mann? Ich sag ja dann immer beides, ja, und dann, dann gucken sie erstmal so, oh, oh, und dann geht's erstmal, weil wenn ich jetzt so eine Grundsatzdiskussion mit den Kindern da, mit den kleinen, äh, acht, neun und zehn, ja, sag mal, sieben, acht, neunjährigen Grundsatzdiskussion über Transsexualität führen müsste und über schwule, lesbische und das nicht gesehen, weil das bleibt ja dabei nicht, du musst ja das ganze Thema dann erklären und dann, das ist beim Bäcker, morgens um, keine Ahnung, morgens um sieben oder um sechs, das ist dann doch vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel dann für die Kinder dann. Also, ja, wenn die, die sind ja schon morgens alle am Start hier. Ja, so geht das hier ab. Hier ist tierisch was, also, bei mir ist voll die Party, wo immer, vor allem, wo ich hier hingezogen bin, da war es hier total ruhig, seit ich hier, seit ich hier, ist hier die Hauptstraße, geht hier auf einmal die Hauptstraße voll, hier, gibst du das erste Straßenfest. Ich sag ja, wo ich bin, ist Party, komischerweise. Das war hier so schön ruhig gewesen, ja, als nächstes fehlt hier nur noch ein Rummel und ein Riesenrad und eine Achterbahn wahrscheinlich. Schon die Disco, es gibt hier in Berlin dieses, so ein Zähne, so ein Zähne-Disco-Ding, also für Schwule, Lesbisch, Schwule, Lesbisch, TS, Freunde, Freunde davon, also halt ein richtig cooler Schuppen, der nennt sich Schwutz, ja, Schwutz nennt der sich, der war früher Meringendamm gewesen, Meringendamm, und die sind jetzt hier zu mir gezogen. Ich weiß nicht, warum die hierher gezogen sind. Hier in meiner Nähe. Ich brauche praktisch, keine Ahnung, ich laufe die Straße ellenlang runter, dann nochmal so kurz mal noch ein paar Meter rechts, so 20 Meter rechts, dann bin ich schon am Schwutz drin. Das war früher Meringendamm gewesen. Ich weiß nicht, warum die hier zu mir gezogen sind. Fehlt mir nur, dass die Merkel jetzt auch noch kommt. Nicht, dass sie hier noch einzieht. Ja, ständig hier die Limousinen vor der Tür. Habe ich gar keine Ruhe mehr. So viel mal, also jetzt muss ich mal runtergehen. Oh Mann, jetzt gehen wir mal, wir wollen noch ein bisschen, wir wollen ja los spielen. Jetzt bin ich auf dem OBS und wundere mich, warum kann ich nicht runtergehen. Und da lösen alle neun gerade, ihr seht ja, ich musste gerade eine kleine F***er halten. So jetzt, ich komme, ich komme. Channel switched. So, jetzt bin ich da. Hallo. Tut mir, tut mir ganz, ganz schrecklich leid, aber ihr kennt mich ja. Ich musste erst noch eine kleine, kleine Aufnahmerede halten oder so. Ja, nicht böse sein. Aber erst meckern, dass wir noch nicht da sind. Ja, stimmt, ihr habt natürlich, ihr habt recht. Okay, dann haben wir jetzt einen, haben wir jetzt einen Unentschieden, oder? Haben wir jetzt einen Unentschieden? Warte mal, ich gucke, nehmen wir auf? Ja, wir nehmen alles auf. Okay, nicht, dass wir wieder nur die Pausen aufnehmen oder so. Ja, Sarah, das passiert ab und zu mal. Also nicht, so ist mir jetzt schon, glaube ich, zweimal passiert oder so. Und gerade dann, wo es schön war und wir haben die Pausen aufgenommen. Also praktisch, wenn wir aufgehört haben, habe ich aufgehört und wenn wir angefangen haben, habe ich, also praktisch, wir haben das dazwischen aufgenommen. Voll blöde, voll blöde. Ja, aber jetzt. Aber ich habe eigentlich gerade gar nicht deswegen gelacht, Cosi, schuldig. Achso, so. Achso, du, ja, okay. Kann ich mitlachen? Gibt es was Lustiges? Ist, ist dann der gerade irgendwie, keine Ahnung oder so? Nee, ich habe mir gerade ein Video angeguckt. Entschuldigung. Ausnahmsweise. Ah. Und jetzt voll und ganz beide. Oh, schön, schön. Und Paco ist auch da, Mensch. Hallöchen Paco. Jo. Hi. So, das heißt, wir sind jetzt praktisch schon 1, 2, 3, 4 mit Nathalu, wenn sie mitmacht, sind wir schon komplett, oder? Jo. Nathalu ist auch schon. Achso. Oh, Entschuldigung, ich muss ja auch noch kommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich verhaue wieder alles. Aber hey, ich wollte ja, wie gesagt, ich habe es ja noch geschafft zu kommen. Eigentlich, normalerweise hätte ich auch, ich wollte ja eigentlich, ich hätte auch weiterschlafen können eigentlich. Ja, was macht ihr da für Geräusche? Also, aber ich dachte mir, war ich ja dann irgendwie wach geworden. Das ist meine Capri-Sonne. Geil, du trinkst Capri-Sonne? Ja. Diese, diese zum Zusammendrücken, ja, diese Dinger? Ja. Diese Tütchen da. Ey, wisst ihr, es ist ja in meiner Kindheit erfunden worden, diese Capri-Sonne. Bescheid geil. Machst du das dann auch so, wenn du die ausgetrunken hast, dann musst du die mit dem Strohhalm wieder ganz aufpumpen und dann springst du rauf. Machst du das jetzt auch dann? Ja, man muss ja, oder? Wenn man die Capri-Sonne ausgetrunken hat, dann springt man natürlich drauf. Ist ja logisch. Das macht man ja so. Dafür sind die ja gemacht worden. Ich glaube, die Erfinder der Capri-Sonne, die haben es auch extra so. Ich glaube, mein Nachbar beschmerzt sich, wenn ich das mache. Ja, und genauso mit Brötchentüten. Wenn die Brötchentüte alles, dann pustest du die auf und knallst die schön. Aber musst vorher gucken, dass keine Krümel noch drin sind, weil sonst das echt blöde. Das ist dann sonst echt blöde. Das ist mir leider auch schon passiert. Leider, Mensch. Warte mal, ich muss mal den Chat auspoppen. Ich muss den Chat mal poppen. Nein, nicht so jetzt. Aber ich meine, damit ich hier alles sehen kann. Ich muss ja alles sehen, praktisch. Das allsehende Auge. So. Ja, das, das. Achso, losstarten. Das Wichtigste sage ich natürlich ja. Habt ihr schon einen Plan, was wir machen wollen? Habt ihr schon Pläne geschmiedet? Nichts Konkretes. Ich dachte jetzt an ein Normal-Game, außer wir wollen für ein internes Leute sammeln. Nee, das soll ja jetzt wieder, dann ist es wieder so anstrengend dann. Ich bin gerade aus Nimmerland zurück. Also, das ist alles so. Ich bin gerade wieder da, Mensch. Ich bin ja gerade aus dem Nimmerland zurück. Na, dann ruhig normal. Der macht hier gerade ein Update aber, Leute. Oh, böse. Ja, stimmt. Das ist jetzt Pre-Season. Das ist ein ganz ordentliches Update. Echt jetzt mal? War ja klar, oder? Das war ja jetzt klar. Wir können jetzt theoretisch mal in die Patch-Notes reinschauen und gucken, was du da verstehst. Patch-Notizen? Ja, rechts unten. Patch-Notizen 6.22. Was erwartet uns da? Was Schweiniges? Ist das was Schweiniges? Sehr viel. Sehr viel Bullshit. Bullshit? Ja. Bullshit. Das ist meine Meinung. Weil, wenn du das schon sagst, du hast ja auch schon mal Dull gespielt. Paar nette Sachen sind dabei, aber ich weiß nicht, das meiste finde ich einfach überflüssig. Ich fand es gut, wie es war und jetzt ändern sie es. Da haben sich ja wohl welche auch beschwert, gab es doch wohl diese Beta-Titel? Und die haben gesagt, dass die Beta-Version wohl irgendwas scheiße gewesen sein soll oder so. Das ist glaube ich nochmal eine andere Geschichte. Das ist noch was anderes, ja. Noch was anderes. Kommt es noch oder ist das jetzt schon erledigt? Das kommt noch. Und da sind viele nicht zufrieden mit, richtig? Da waren einige, haben sich darüber beschwert. Kann es sein mit diesem Beta? Das habe ich nicht verfolgt. Ich glaube, das ist eher Zwiegespalten. Also viele sagen, dass sie es richtig gut finden und dann sind auch ein paar, die sagen, die finden das total doof. Die werden das trotzdem durchsetzen, glaube ich. Ja, da kann man ja gar nicht, wie bei WoW oder so, wenn die Dinger gemacht werden, werden die Dinger... Deswegen hat ja WoW auch sehr viele Leute verloren, weil die ja von Patch zu Patch haben es alles immer einfacher gemacht. Jetzt kannst du schon mit Level, keine Ahnung, was kannst du jetzt schon Reitmaunt besorgen. Früher hast du den Reitmaunt, glaube ich, bei Level 40 bekommen und 60 oder sowas. Ich glaube, zuvor meiner Zeit war es sogar noch bei 60 und dann zu meiner Zeit bei 40, glaube ich. Und jetzt sogar schon bei Level 20 oder 10 oder so. Und da haben sich natürlich viele Veteranen aufgeregt. Die haben gesagt, man, das wird immer einfacher. Die ganzen Innis werden immer einfacher, die Schlachten werden einfacher. Ist ja voll beschissen, nur damit die Kinder leichter spielen können alle. Und das ist ja voll doof. Es soll ja gerade schwierig sein, damit es eine Herausforderung ist. Das hat aber Blizzard irgendwie... Sind die da geistig hängen geblieben und haben natürlich auch viele verloren, weil viele von den Alten haben gesagt, na, dann spielen wir das halt nicht mehr. Ja gut, in dem Fall geht es ja halt darum, dass der Client ja verändert wurde vom Design her. Ja, dass jetzt halt alles anders ist. Und ich glaube, dass sich halt viele damit nicht abfinden konnten, weil sie es halt schwer fanden, gewisse Sachen in diesem Client wiederzufinden. Aber das ist halt alles Gewöhnungssache. Ich sag mal so, wenn man jetzt neu in das Spiel reinkommt, kennt man sich mit dem Client auch nicht so gut aus. Bestimmt. Und findet nicht sofort alles auf Anhieb. Es ist halt so, dass man halt einfach wieder neu lernen muss, wo man was findet. Und das finde ich jetzt nicht schlimm. Warte mal, meint der jetzt mit Client, aber jetzt nicht in dem Spiel drin, im Game, oder? Nein, nein, nein. Das, wo du dann halt ein Spiel schranken kannst. Ja gut, das ist ja egal. Wenn das Menü sich umändert, ist doch egal, oder? Ja, gerade eben. Das ist ja nicht mehr schlimm. Da spielt gerade keine Geige eigentlich. Viel interessanter, viel schlimmer oder viel schlimmer. Oder interessanter ist dann, ob sich in dem Game was ändert. Zum Beispiel, dass der Jungle sich ändert oder die Türme. Das ist jetzt gerade der Pre-Season-Patch. Da hat sich viel getan. Der Jungle ist fast komplett umgemodelt. Echt jetzt? Geil. Ich meine nicht geil, aber ich meine schön. Nö, aber ich finde es ja, also gut, manchmal sind die Sachen toll, manchmal sind sie vielleicht. Ja, das Problem ist, der Mensch ist ja so ein Gewöhnungstier. Und wenn man sich dann gewöhnt hat, und dann ist natürlich die Frage, inwieweit ist man jetzt menschlich in der Lage, sich sozusagen an neue Dinge zu gewöhnen, oder steht man eher so auf Tradition und alte Dinge? Ja, dann tut man sich wahrscheinlich schwer mit neuen Sachen. Ja, wenn man jetzt aber so ein Typ ist, der sagt, hey, ich brauche andauernd was Neues, ich finde das geil, immer wieder was Neues, dann stört dich das ja nicht. Aber wenn du, sagen wir mal so, manche Sachen so lieb gewonnen hast und sagst, Mensch, das ist alles so schön. So wie bei mir zum Beispiel, damals bei WoW mit den Lichtkingen, mit den Anmeldebildschirmen, der war mit dem Drachen, der war so episch geil gewesen. Dieser Lichtking-Anmelde, also Anmelde, das Login, das war so geil gewesen. Und danach, naja, die anderen oder davor, das war, also das Lichtking-Anmelde-Ding, das war einfach, war das Ding gewesen. Genau, bei solchen Spielen muss ich damit rechnen, dass die was verändern, weil die ja auch die Ansprüche ein bisschen höher heben wollen, die haben ja auch Konkurrenz so. Dementsprechend müssen die ja auch irgendwie mithalten können, was das ja und, und, und angeht. Ne, ich meine jetzt spezifisch zum Beispiel auf Loi bezogen, ich glaube, WoW ist da nochmal eine andere Sache, aber ich kann das schon verstehen, dass die da so ein bisschen nachziehen wollen oder halt auch den Vorzug nehmen wollen und sagen wollen so, wir machen das jetzt so und so, dass wir halt uns ein bisschen von den anderen abwägen können. Ja. Hier, Tender oder sagst du, naja, bin mit CS aufgewachsen, spiele seit ich 14 war und hab mit der Beta angefangen. Dann scheint aber, Tender müsste dann ja auch angefangen, Counter-Strike haben. Ja, er hat auch schon mal in einer Liga mitgespielt. Wo hat er mitgespielt? Wo hast du gerade abgehackt? Entschuldigung, mein Mikro war ein bisschen nach unten vorrutscht. Er hat auch schon mal in einer Liga mitgespielt, also in einem professionellen Team mitgespielt. Ach, du kennst den, ja? Ja. Kann der, kann der, oh, kann der mir, kann der mir auch bei Counter-Strike helfen? Mir kann das gleich bei mir. Natürlich kann der, wenn du ihn ganz lieb fragst, macht er das bestimmt. Muss ich ihn ganz lieb fragen. Umso mehr wollen sie es. Verbotene Früchte schmecken süß. Wie meint er das? Das war doch was mit Früchte. Wahrscheinlich war es mit Cousin, oder? Also, was ich sagen wollte, bei WoW ist es ja so, sie haben auch immer so viel rumgepatcht und gemacht und getan und geändert, aber zum Negativen. Also wollen wir mal hoffen, dass das bei Lohle nicht auch so passiert. So nach dem Motto, sie müssen mit den anderen mithalten. Denn WoW war ja unerreicht zu dem Zeitpunkt, wo sie angefangen haben, immer alles schlechte zu machen, waren sie unerreicht gewesen, WoW. Die hatten ja, keine Ahnung, Millionen von Mitspielern gehabt. Jetzt haben sie, glaube ich, noch 10, 11, 12. Früher hatten die, glaube ich, 20, 40 Millionen Spieler oder sowas. Also die hatten praktisch unerreicht. Die hätten einfach nur, lieber, als ich neue Storys ausdecken soll, neue Geschichten, aber nicht so viel alles so kinderleicht machen, dass sozusagen jeder Fünfjährige mitspielen kann, so nach dem Motto. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Schon gar nicht die, die traditional schon lange alle dabei sind und dafür Geld für bezahlen und alles. Und bei Lohle, es gibt zwar jetzt auch dieses komische Leech of Angels, oder wie es heißt, und auch noch andere Kopien irgendwie, weil trotzdem ist ja Lohle, Lohle. Genau wie bei Counter-Strike gibt es ja diese, was wir hier schon angespielt haben, dieses Skill, also dieses S-K-I. Das habe ich auch mit Anna drüber gesprochen, ja. Das war das andere hier, immer dieses Lorded, aber das ist jetzt nicht so Counter-Strike-mäßig. Aber dieses Skill, also S-K-I-L-L, also S Punkt, I Punkt, also Skill mit jeweils einem Punkt dazwischen immer. Skill, Spezialforce. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist so ähnlich wie Counter-Strike. Also, dass sie irgendwie versuchen, so ein bisschen Counter-Strike zu kopieren. Aber Counter-Strike ist Counter-Strike. Also, ich habe dann irgendwann aufgehört mit dem Spiel. Also, ich habe, glaube ich, nur ein, zwei Spiele gespielt oder so. Weil ich mir dachte, wenn ich, bevor ich Skill spiele, dann kann ich auch Counter-Strike spielen. Dann Counter-Strike ist Counter-Strike, so nach dem Motto, ja. Aber das ist einfach schon wesentlich länger da und viel, das ist einfach Counter-Strike, so nach dem Motto. Und, ja, klar gibt es, bei Lul wird es wahrscheinlich auch noch bestimmt immer viele Kopien geben, aber die sollten auf jeden Fall nicht, wie sagt man, ihren Pfad verlassen. Wenn Lul ihren Pfad verliert, dann weiß ich nicht. Das machen sie ja nicht, die modernisieren ja eigentlich nur. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich glaube, sie probieren hauptsächlich gerade so ein bisschen Sachen aus. Pre-Season halt, da testen sie immer mal und dann wird geguckt, was kommt gut an, und was wird wieder rausgeschmissen. Also, ein Riesenfehler, was Blizzard zum Beispiel gemacht hat, sie haben auf die Community nicht gehört. Das war ein Riesenfehlgewinn, ja. Ein mega. Die haben wahrscheinlich gedacht, ja, Community scheiß, die werden schon geil finden, was wir machen. Also, das war ein Riesenfehler. Also, Lul scheint ja, glaube ich, mehr auf die Community zu hören. Und ich glaube, bei Counter-Strike wahrscheinlich auch. Weil, wenn man auf die Community nicht mehr hört, hallo, das geht ja gar nicht. Ich meine, die Community hält dieses Spiel am Leben. Also, wenn die Leute enttäuscht sind und eingeschnappt oder böse, dann gehen die einfach, und das war es dann gewesen, dann kommen die auch nicht mehr wieder. Also, du kannst doch die Community nicht außen vor lassen. Also, ich denke aber, Lul ist da nicht so, oder? Also, ich denke mal schon, dass die sich mit der Community irgendwie so abgleichen oder sowas. Du hast nicht so recht, wie sehr die da hinterher sind. Wird sich zeigen. Tender, Tender, kann ich machen. Ja, ich bin da nicht, ja. Ja, dann, Legion, bestes WoW-Add-on. Legion. Mein Venus. Venus ist ja noch, oh, Melly ist auch schon, Melly ist da. Ui, Hallöchen, Melly. Also, und hier, Maurice oder so. Ich kann die Schrift nicht lesen, weil sie grün ist. Maurice. Was, Counter-Strike kann man auf zwei Arten spielen. Public aus Spaß oder... Achso, ja, ich mache erst mal für die Zuschauer, wir wollen jetzt mal naiv tapsen wir erst mal. Das habe ich auch zu Anna gesagt. Wenn wir mit Anna spielen und sie uns alles erklärt und ein bisschen beibringt oder Bokeh hier. Erst mal so typisch Cosima wie bei Lul. So wie hier, Sandea würde sagen, Cosima hat ihre eigene Lerngeschwindigkeit oder sowas. Also, ich habe meine eigene... Ja, und Tain würde sagen, Cosima ist ihre eigene Liga. Also, ich muss dann erst mal tapsig alles mir angucken. Die Texturen, die Waffen, Spaß haben, rumsterben, die Gruppe in die Luft jagen. Also, das ist ja nicht schlimm, weil ich will ja Spaß bei dem Spiel haben erst mal. Und ich will ja jetzt nicht gleich global Elite werden. Übrigens, Anna hat mir übrigens mal die Liste gegeben von den Rängen, die Ränge, was so Ränge sind. Ja, wenn mir jetzt mal einer erzählt, was da so ist, dann kann ich gucken, ah, was bist denn du jetzt? Also, mein erstes Ziel ist erst mal jetzt Rang 2 zu bekommen und dann irgendwann mal Silber 2 zu werden erst mal so. Oder wenigstens Silber wahrscheinlich, Silber 1. Das kannst du in Lul auch mal dir als Ziel setzen. Ja, mein Ziel ist ja bei Lul jetzt erst mal auf Level 30 zu kommen. Ja. Und dann Challenger. Und natürlich mein Ziel, dass ich noch einige Champions bekomme, dass wir diese komische Pick-und-Bann-Phase machen können und sowas alles. Das könntest du jederzeit gerne schon mal machen. Nein, nein, Sonia, ich kaufe jetzt noch keine Champions und ich weiß ja, alle warten schon, dass wir diese Pick-und-Bann-Phase, ist dann besser für alle. Aber ihr wisst, ich habe nicht so viel Kleingeld hier. Doch, hast du. Nein. Du hast genügend Geld dafür, um dir Champions zu kaufen. Nein, ich bin jetzt gerade mal, gerade, gerade, ich habe meinen Notgroschen gerade zusammen. Ich habe gerade meinen Notgroschen zusammen. Auf jeden Fall, achso, und Tain habe ich auch gefragt, weil ich würde gerne Poppy spielen. Aber Poppy müsste ich erst eine Shop-Zusammenstellung machen mit Tain. Und Tain meinte, ich muss ihm dann Bescheid sagen, ich muss halt irgendwie einen Termin ansagen, dass er sich Zeit nehmen kann. Also, ja, das war, ich würde gerne mal Poppy spielen. Ich könnte das auch machen. Aber wenn ihr da konkrete Pläne habt, könnt ihr das natürlich auch unter euch machen. Nein, es gibt, deswegen, wegen Tain, ich habe noch von Tain, habe ich noch drei Champions geschenkt bekommen. Achso. Und deswegen, weil ich von Tain drei Champions geschenkt bekommen habe, wollte ich natürlich dann, wie sagt man, weil er sie mir halt geschenkt hat, wollte ich halt mit ihnen zusammen auch die Champions dann die Shop-Zusammenstellung machen. Das war deswegen. Sonst hätte ich gesagt, mache ich halt mit Sandeo oder mit jemand, der mir dabei hilft oder so, aber die von Tain bekommen habe, wollte ich die. Und er ja auch Ahnung hat, dachte ich, dann kann ich die ja mit Tain dann auch. Dann wird man als Dankeschön, dass wir die dann zusammen endlich machen, oder dass er sich die Mühe machen muss dann. Oder jetzt so Strafe oder so, keine Ahnung. Also, er hat dann halt die, er muss sich dann auch die Mühe machen mit mir dann. Melisa Cosi, 10.000, ihr IP ist wirklich sehr viel. Nein, Mann, das ist nicht viel. So ein Champion kostet 6.000, 7.000, manche. Nein, die teuren. Ja, und dann ist alles weg. Du kannst ja die günstigen holen. Das war sowieso erst mit dem Finger, einfach mal, dass du 16 hast. Meli hat im Vergleich 700. Siehste, guck mal, Meli ist ein ganz teurer. Und wie viel habt ihr alle so? Meli hat zum Beispiel 700. Ich habe 5.395, aber ich kaufe mir jetzt gerade auch schon wieder einen neuen Champion. Seht ihr die Frauen ja? Ich spare gerade seit einer Weile einfach nur so, weil ich nichts Konkretes will. Ich habe gerade 21.000. Seht ihr? Aber das ist auch schnell weg, wenn ich da mal ein paar teure kaufe. Und Meli hier, ich dachte, Sandeo, du hast schon alle. Nee, ich habe noch lange nicht alle. Echt nicht? Das hier ist ja auch nicht mein Hauptaccount. Ach so. Wenn du mal guckst, ich habe nur 400 Normal-Wins auf diesem Account. Aber ich habe nicht mal auf meinem Hauptaccount alle. Oh Mann, oh Mann. Sandeo, du bist ein ganz böses Früchtchen. Und hier, guck mal, Bababoo. Oh, Bababoo, Hallöchen, Bababoo. Bababoo hat, guck mal, die Frauen hier. Und hier, Nathalu, Nathalu hat es schon ausgegeben. Ich habe auch nur noch 595. Wie, hast du jetzt gerade zugeschlagen? Hast du jetzt gerade zugeschlagen, oder wie? Die Frauen, die geben das ganze Geld hier aus, Leute. Die Frauen wieder, ja. Die Männer sparen alle. Ich rate aber nicht zum Sparen grundsätzlich. Wenn ihr irgendwas haben wollt, gönnt euch. Das ist eher die Empfehlung. Ich will nur Gott nichts, deswegen sammelt sich das an. Nein, bei mir ist das Problem, ich spare deswegen, weil ich ja noch nicht weiß, was ich will. Nicht, dass ich es nachher im supergeilen Champion sehe, den ich unbedingt gerne haben möchte, sondern dann kann ich mir den nicht kaufen und bin dann ganz, ganz, ganz traurig. Und dann kann ich wieder immer so knapp 7000 aufheben. Äh, nee, ich traue mich, nee. Es ist besser erstmal, ich weiß mal, ich habe noch keinen Plan, keinen Durchblick bei Loh, das ist besser, das Geld erstmal zusammenzuhalten. Das ist wahrscheinlich bestimmt wie bei Con. Also bei diesen billigen Kaufen kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, einfach mal, damit du 16 hast. Und dann kannst du gerne weitersparen, bis du alt und grau wirst. Warte mal, es geht um EP, nicht um RP. Was ist ein RP dann? Was ist ein RP? Ja, das sind Ride Points. Für die bezahlst du Geld. Ach so, die Ride Points. Äh, ja, ja. Aber Cosi? Ja? Bevor wir jetzt noch weiter diskutieren, darfst du gerne auf Starten drücken und dich einloggen. Ich sehe schon die ganze Zeit immer dieses Startding da leuchten. Ich dachte, Mensch, ich sollte mal da raufklicken. Ich sehe das schon die ganze Zeit, dieses Startding da. Warte mal, ich starte mal. Jetzt wird es bestimmt gleich wieder laut. Ach so, jetzt kommt erstmal das. Nach einem Patch wird es immer laut. Ach so, dann müssen wir... Komischerweise nicht. Bei mir ist es immer die gleiche Laut. Warte mal, das... Warte, es kommt hier neue... Neue Musik, warte mal, jetzt muss ich kurz... Wer ist denn auf dem Baum? Wer ist denn auf dem Baum? Warte mal, die Lautstärke einschneiden. Warte mal, ja. Auf was hat denn man, das immer zu stehen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Soll ich mal auf... Ich mach mal auf... Warte mal, mach mal auf 30, oder? Mache mal auf 30. Wenn es zu leist ist, nur halt ein bisschen lauter mal. Welche Champions sind denn da zu sehen? Bei dem... bei diesen neuen... Katharina und Talon. Warte, ich höre nichts. Warte, äh... Katharina und wer? Talon. War da Epano oder so? Warte mal, ich höre, ist die Musik zu... War da... Ich... Talon. Talon. Tadadam, tadadam. Zack. Das muss man nochmal... Es wurde in diesem Patch worden, glaube ich, 8 Assassins oder so. Wie worked? Warte mal, es kommt ja noch mehr. Rang... Ranglisten... Vorsaison. Ah, ich kann mich jetzt schon für die Ranglisten bewerben, Leute. Dass ich mitmachen kann. Nee. Das ist... Genau, es hat sich auch an den Wankits was geändert, aber... Das kann ja noch egal sein, vor Level 30. Eine Sache haben wir noch. Ich muss ja auf diese orange Dinge wahrscheinlich klicken. Platzierung für die... Nee, nee, wenn ich... Mit Faker wieder... Wenn der Hilfe braucht, dann muss ich ja für ihn da sein. So. Aber die Gruppe scheint noch zu gehen. Das ist ja schon mal... Warum? Wie viel haben wir da? Wann? Es werden immer mehr. Guck mal, alles, was ein echter Held braucht. Was braucht denn ein Held alles? Strategie, Kommunikation, Respekt, Teamgeist... Oh, guck mal hier. Guck mal hier, für die Lolt-Trolle, ja. Teamgeist... Sag ja wieder. Hier. Ich müde mich mal eben. Hier. Einsatz, positive Einstellung, Teamgeist, hier, für die Trolle, ja. Bitte mal lesen. Kooperation, Fokus, Respekt. Respekt vor allen Dingen, ja. Respekt. Schau mal einer an. So was braucht man, als echter Held. Ja, Mann, da bist du ein echter Held. Wenn du die Sachen alle beherrscht bist, ein echter Held. Genau. Und wenn du hier bei Lohen großes Sparkonto hast. Guck mal, ich hab 10.125 Sparkonto. Ja, da bist du ein Held. Nein, natürlich nicht. Oh, Melly wurde gerade irgendwas, hat ein Dingsebums bekommen, ne. Mir braucht immer jemand... Irgendein Wort hat dem Bot nicht gefallen. Weil sie nur ihren Slow hat und sonst wird sie ziemlich schnell zum... Was? Na, MF braucht immer jemanden. Opfer hat sie geschrieben. Wer ist ein MF? MF braucht immer jemanden. Missforschen. Ach, Missforschen. Braucht immer jemanden, der bei ihr ist, weil sie nur ihren Slow hat. Sonst wird sie ziemlich Dingsebums. Kiegt man dann, aber sonst kann er hin und wieder und andere Leute mitmachen. Achso, Nathalu erklärt irgendwas. Achso, wegen Mitspielen. Ja, Leute, ihr könnt natürlich mitspielen. Wir machen ja, wir machen ja, wir spielen ja öfter Slow. Und dann holen wir immer wieder neue Leute ins Boot. Aber heute ist schon spät. Und Gott sei Dank sind Veteranen da, dass wir noch ein bisschen zocken können. Ja, ist ja schon ein Uhr. Weil normalerweise fangen wir ja viel früher an. Also normalerweise. Und dann, wenn wir früh anfangen, holen wir auch neue Leute mal mit rein. Und wenn wir mit den Leuten gespielt haben, dann können die Leute auch in unsere Low-Gruppe rein. Weil wir wollen zumindest mit alle schon mal gespielt haben, dass wir die schon mal kennengelernt haben mit dem Spielen. Und dass wir eine riesengroße Low-Gruppe bekommen für unsere Amateurmeisterschaft, den Leech of Legends. Also die erste deutsche große Amateurmeisterschaft in Leech of Legends. Steht sogar ein Profiltext. Das habe ich jetzt übrigens, ich habe den genau. Ich habe meinen Offline-Banner, habe ich verändert, wem es interessiert. Also ich habe hier den Twitch-Offline-Banner, habe ich, ja, den Offline-Banner habe ich verändert ein bisschen. Und den oberen Text schon mal, habe ich den nochmal neu jetzt gestaltet. Den unteren Abschnitt, wo ich dann, wo es um mich persönlich und alles andere dann mit Chatregel und bla und das nicht gesehen, das will ich demnächst bei Mousse, will ich da auch mal alles ein bisschen irgendwie erfrischen dann. So, also, dann können wir loslegen, oder? Ne, jo. Also ich bin bereit, bin bereit. Achso, schalte ich jetzt schnell? Ich kann nicht mehr. Du solltest natürlich die Einladung annehmen, dann können wir auch starten. Dann können wir starten. Oh, ich finde sogar die Einladung gleich. Zack. Voll cool, Mann. Sind alle da? Alle sind da. Achso, was spielen wir denn? Haben wir uns schon was ausgemacht? Wer was spielt oder so? Wollen wir vorher spielen? Ich dachte, so gestresst, wir da gleich reingehen und dann wieder erst da. Was möchtest du denn? Naja, wenn die den Jungle neu gemacht haben. Was ist denn auf den Lanes? Ist auf den Lanes auch was neu? Also diverse Champions und Items wurden abgeändert. Bei Annie auch? Nö, Annie nicht. Nö, für Annie fast gar nichts. Auch itemtechnisch nicht. Also brauchen wir nicht neu... Also außer du spielst Annie Support. Bei den Support-Items hat sich was getan. Und bei den Assassin-Items. Das heißt aber, so wie ich jetzt Annie im Acro-Modus brauchen wir jetzt nicht irgendwas neu machen, ne? Aber man könnte die Masteries vielleicht anpassen. Aber das ist jetzt nicht so dringend. Ich weiß ja ein bisschen was bei den Masteries geändert. Das können wir ja auf die Schnelle machen, wenn wir den nächsten Champion machen, oder? Können wir das ja machen. Ja, ich denke schon. Das wäre wohl am einfachsten. Genau, das können wir ja so machen, Santi. Immer wenn wir einen neuen Champion aufnehmen, also praktisch wieder eine Shop-Zusammenstellung für den neuen Champion machen, davor können wir ja immer so Updates machen oder so. Was neu vielleicht bei denen, die wir schon hatten dann oder so. Das wäre auch eine Idee, oder? Das wäre eigentlich sogar eine sehr geile Idee. Dass wir dann praktisch immer Updates so raushauen von den Sachen, wo vielleicht was passiert ist oder so. Ist doch eine coole Idee, oder? Ja, Mensch, siehste. So haben wir auch gleich das Problem gelöst, dass viele immer sagen, ja, was nützt es, wenn du jetzt da eine Shop-Zusammenstellung machst, das ist ja dann irgendwann sowieso veraltet. Naja, wir ziehen dann einfach das wieder nach. Bei den Neuerinnen. Das stimmt. Das ist eine geile Idee, Mensch. Man braucht sich dann praktisch nur den letzten Champion angucken, sozusagen. Das ist eine geile Idee. Siehste, siehste schon, haben wir wieder unsere Idee weiterentwickelt, Santi. Wir werden noch pro darin. In unserer Technik da. Ja, was? Um fünf Uhr raus zur Arbeit. Oh, Harry. Harry, frag Harry, frag Harry. Hallöchen übrigens. Harry muss bald wieder auf. Der muss eigentlich Harry jetzt ins Bett, oder? Später, der muss ja ins Bett eigentlich. Der muss jetzt ins Bett. Würde Cosi leider niemals beleidigen. Oh, der pingt hier um was jemand rum. Er schreibt mir, Chat. Mehr muss ich jetzt nicht beantworten, oder? Habe ich was übersehen im Chat, oder? Nö, nö. Gut. Dann, äh, achso, was, ja, also auf den Lanes, also die Lanes an sich haben sich aber nicht geändert, die Türme oder sowas, oder? Äh, tatsächlich doch. Alle Türme ab dem Inip, die schießen kein Laser mehr, sondern auch so Kügelchen. Die genauen Infos dahinter habe ich mir nicht weiter durchgelesen. Kügelchen? Aber wahrscheinlich so wie bei, wie bei Smite vielleicht, oder so. Nö, wie die anderen Türme auch. Also bisher gab es einen Unterschied. Ab den Inip-Türmen haben die mit Laser geschossen, und jetzt schießen alle gleich diese Kugeln. Hier, Narugai sagt, der braucht nicht mehr schlafen. Die scheinen sich beide zu kennen. Das lohnt sich doch gar nicht mehr. Doch, Mann, jetzt, los, schlafen jetzt. Geht noch ein bisschen schlafen. Kaffee, das ist das Problem. Ja, was spiele ich denn dann? Was wollt ihr denn? Habt ihr irgendeine Vorliebe heute? Äh, wir sind schon dabei, alles zu klären. Also wir hätten jetzt zur Kenntnis genommen, dass du mit dir gehst. Stimmt das so, oder wolltest du jammern, oder was ganz anderes? Äh, die Frage ist, Aini oder Warwick? Äh, die Frage ist, Aini oder Wölfchen. Du kannst auch andere Sachen machen, grundsätzlich, aber... Nee, haben wir jetzt ja keinen Job-Zusammenstellung für. Das ist dann wieder dramatisches Sterben, oder sowas. Obwohl ich jetzt zwar schon schneller mit dem Suchen bin, theoretisch würden wir wahrscheinlich hinkommen. Aber das wäre doch für uns jetzt, weil wir jetzt gegen richtige Leute wieder, also nicht intern, sondern gegen harte Helden spielen, wäre das jetzt ein bisschen schwierig, wahrscheinlich, alles wieder. Alle auf Zandea und Sarah wahrscheinlich, und Paco, und mich lassen sie ja in Ruhe, wahrscheinlich. Ja, kommt doch an, wenn ich die Aini spiele, wollen mich alle wieder haben. Dann sind sie ja wieder, wie der Teufel hinter der armen Seele, sind sie ja wieder hinter mir hinterher. Oder spiele ich den Jungler? Ich habe irgendwie Bock auf den Jungler, Leute. Ich will den Jungler spielen. Weil ihr gesagt habt, im Jungle gibt es jetzt alles so neue Sachen, dann würde ich mir gerne den Jungle angucken. Sonst höre ich ja wieder mit Aini durch die Gegend. Dann lass mich lieber den Jungler spielen. Okay. Ja. Das ist Paco mit Jim. Okay. Aber Busak, Aini, ADC. Ja, oder Paco kann auch, ich kann auch gerne mit. Paco, was ist der lieber? Spiele ich, sag mal, dieses, wenn ich Aini, wenn ich, wenn ich, wenn ich Aini auf Agro spiele, ist das ADC, ja? Äh, nee, nee, ADC ist auf der Botlane. Okay. Da spielen ADC und Support. Achso. Und das steht für Attack, Damage, Carry. Also wenn schon, wärst du ein APC. APC? Das ist ein Ability Power Carry. Ein Magier. Oh, ADC, APC, ABC, Junge, was sind sie? Alles sie. Oh. Also Paco, wenn es dir egal ist, würde ich eventuell sogar Mitte gehen und mir Katharina kaufen. Dann probiere ich die mal aus. Okay. Was kann sie eine, was? Wohli Spiele mit, mit, hier, Melli meint, kann sie nicht Wohli Spiele mit Wawik Mastery oder so? Du besitzt Wohli Bär ja gar nicht. Ich hab doch den Wohli Bärchen gar nicht. Ich hab den doch gar nicht. Was war ein Scherz? Baba Boo meint, war ein Scherz. Wieso? Achso, das war ein Scherz gewesen. Baba Boo macht Scherze. Ach, der NIA DC war ein Scherz. Du Scherzkekst, du. Du bist ja ein Scherzkekse. Was? Hab ich was falsch gemacht? Was ist passiert? War was? Alles gut. Alles gut? Okay. Beruhig dich, Cosima. Beruhig dich. Ja, ich bin zwar nicht bereit, aber wir können. Okay. Ich bin ja noch, ich bin noch halb im Nimmerland. Im Nimmerland. Sie sagt, der Wohli Bär ist free to play. Das könnte stimmen. Im Nimmerland, wo die Cosi verschwand. Ja, besser, der ist free to play. Soll ich, aber das, soll ich dem Wohli Bär ein bisschen spielen? Den kannst du auch im Jungle spielen. Kannst du. Soll ich probieren? Was? Weiß nicht. Komm, ich mach dem Wohli Bär mal. Oh Mann, dann lose ich wieder voll ab. Einfach so spontan. Ich mach dem Wohli Bär spontan. Einfach mal, muss aber, ich weiß, das ist mal ein Bärchen, oder? Wir lieben Bärchen. HypnosVolt liebt die Bärchen. HypnosVolt für die Bärchen. To play, danke. Wie läuft's mit Wabik? Sephiro. Sephiro sagt, wie läuft's mit Wabik? Ganz gut, oder? Leute, wie läuft's mit Wabik? Was sagen die Zuschauer so? Läuft doch gut, oder? Ich bin jetzt Sandeja schon mal einmal angesprungen. Ja, da hat er sich erschrocken, ja. Das stimmt wohl. Du hast mich überrascht. Da hab ich ihn überrascht sogar. Okay, also ich muss diesen, äh, wo ist da denn der Wohli Bärchen? Wo ist da denn? Ich steh den gerade. Da. Also was muss ich denn da mitnehmen? Also warte. Den Wolf. Und dann, äh, Wolf-Einstellung und die Krieger-Dingsbumse. Jo, schätze ich schon. Barriere nicht, äh... Äh, ne, zerschmettern. Zerschmettern wieder, genau. Wo ist denn das? Ich sehe zerschmettern und mein Flash. So. Ich und Wohli. Da bin ich mein Papa Wohli. Papa Wohli! Kennt jemand das Papa Wohli? Wer Papa Wohli ist? Wer kennt Papa Wohli? Wahrscheinlich nur die Älteren. Die ganz, ganz Älteren kennen Papa Wohli. Sagt mir nichts. Ja, wird euch wahrscheinlich sehr, sehr viel Ältere. Die sehr viel Älteren hier, die müssten Papa Wohli kennen. Ich kann euch aber dann später mal vorsingen, wo Papa Wohli herkommt. Jedenfalls musste ein gewisser Dingsmusse ins Gebirge, um dort, äh, Kräuterverheilung, der Verheilung für gewisse, ähm, ne, ich darf euch nicht so viel verraten. Das andere, das passt jetzt nicht. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Wir müssen uns, wir müssen jetzt die Mütze drehen und eiskalt uns konzentrieren. Ja, während das Spiel startet, lese ich mir durch, was bei Katharina anders ist. Was, was ist? Mit öfter Springen. Oh, okay. Was ist das mit Springen? Was wollt ihr machen? Ich denke, egal. Ne, ich gucke mir gerade, was bei Katharina anders ist, die ich jetzt spiele. Papa Wohli! Milly, was schreibt Milly da? To play? Der ist, der ist free to play. Das habe ich gelesen. Genau, das habe ich gelesen. Du musst jetzt an den großen Buffs anfangen. Milly sagt, du musst jetzt an den großen Buffs anfangen. Kannst du jetzt zu deinen Deckern hinspringen und diesen Sprung dadurch dann fast resetten? Wer, ich? Was? Ich? Interessant. Ne, es geht gerade um die Katharina. Achso, warte mal kurz. Und zwar, ganz für die Zuschauer, ganz links ist Leblanc. Leblanc. Ach, scheiße. Ganz links ist Leblanc. Leblanc. Ja, spaßig. Guck mal, ich bin in der Mitte. Oh, guck mal, geil. Ich habe den Wuhli. Guck mal, in der Mitte. Ich habe den Wuhli-Bärchen. Raylamoon hat Wuhli-Bärchen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Oh nein, wir haben diesen Yin. Das ist dieser komische Schürzenjäger. Das ist dieser Schürzenjäger. Dann haben wir... Was ist dein Schürzenjäger? Dann frage ich mich gerade auch. Schürzenjäger. Der hat so eine Schürze doch. Der hat so einen Wappenrock, hat er doch um. Und das ist ein flatter Watten. Das ist wie so ein Schürzenjäger. So, und dann... Der hat da so ein Flatterröckchen oben. So ein Flattergewand. Praktisch so ein... Wie sagt man denn? Ein Heldenge... Weil hier sagt man... Wie sagt man bei W.O.W. immer? Umhallen? Ja, es gibt ein anderes Wort. Du hast dann deine... Clan-Klufte an. Diese Clan-Wappen. Eine Clan-Tracht oder wie das heißt. Keine Ahnung. Wappenrock oder so. Wappenrock, genau. Der hat seinen Wappenrock um. Seinen Wappen. Oder ja, irgendwie so ähnlich heißt das bei W.O.W. Venus müsste das wissen. Denn was? Todesblüten... Oh, das ist weg. Scheiße. Oh, Mann. Guck mal hier. Oh, Mann. Was haben wir als... Mann, ich konnte gar nicht alles genießen. Ich konnte gar nicht alles genießen. Der macht... Sagt er was? Okay. Okay. Die, 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 die. Oh, die Ulti macht weh. Ach, hat mir ja auch das gerne weniger alles gerne bekommen. Ich schätze, du erwarte ich und einen Bail. Ich schätze, du erwartest irgendeinen Bärenstall. Warte mal, hier ist irgendwas anders, Leute. Die Bilder sind hier anders. Oh nein, die Bilder sind anders, Leute. Ein paar von ein paar Items eventuell, ja. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Phasalen. Vertraue deinen Instinkten. Ich muss mal gucken. Komm mal her, Bulli. Lauf mal, lauf mal. Und denkt dann, Leute, ja. Team, Leute. Vertraue. Vertraue deinen Instinkten. Ach genau. Cosi im Jungle startet man jetzt beim Weit oder beim Gruber. Weil die früher spawnen. Und die später spawnen. Dahin, ja? Ja. Also dahin. Dahin. Na, da starte ich doch sowieso immer. Ursachen, kennen keine Furcht. Kenne keine Furcht. Ach genau, die ganzen Junglepflanzen. Also du wirst im Jungle mehrfach mal pflanzen sehen, die komische Sachen machen. Na, du mal ausprobieren. Ich kenn mich selbst. Wow, da kommt er schon. Der sieht ja geil aus. Ist das eine Herausforderung? Die Natter lässt uns alleine. Hey, der ist ja weggesprungen. Nee, du hast den weggeworfen. Ich hab den weggeworfen? Dann steck den auch mit danach raus. Den geht ja überdurch. Cousy, smiten, 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 smiten. Äh. Gut. Jetzt kannst du hier hingehen. Meine Augen drehen. Hey. Wehleidige Jungen. Papa Wuli. Oh, der pfischt aber richtig einmal. Wow. Warte mal, sind da noch mal welche gekommen? Oh nein, ich muss weg, ich muss weg. Oh nein, oh. Ich hab zu spät gesehen. Ich hab zu spät gesehen. Scheiße. Ich hab gerade noch so gesehen, dass ich weg muss. Und dann war es auch schon zu spät. Ach man, ich war so schön gerade am rumschlagen da. Ach manch. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Das hier... Okay, interessant. Dass ich mal gleich wegsterbe, wenn ich neue Champions spiele. Kha'zix wurde ja auch neu gemacht, ne? Jo. Bei Kha'zix neu gemacht. Ich hab mir das bei Kha'zix noch nicht durchgelesen, um ehrlich zu sein. Auf dass der Sturm, ihr Volk! Ach guck mal, er hat einen üblich gelassen. Wenn er ultet, dass er keiner evolfen kann, dann ist er in jedem Busch unsichtbar. Also auch wenn man ihn sehen würde, wenn er sich nicht verstanden hat. Genau, weiß ich es noch nicht. Kampf liegt mir im Blut. Kha'zix irritiert mich. Hey, hier liegt noch was, was ist denn das? Kha'zix irritiert mich. Was war denn das? Mist, ich glaube, hier läuft schon der Jungler durch die Gegend. Anderer Jungler, glaube ich. Ein Gegner wurde getötet. Oder hier war gerade so eine komische... Der Donner ruft. Nathalou meint, ich solle mal... Ich solle, äh... Oben anfangen im Jungle. Ich solle oben anfangen. Aber ich fange schon mal oben. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist die, dass du eigentlich unten auf der Botlane einen besseren Pull kriegst. Also... Hast du bessere Hilfe. Aber dadurch, dass Nathalou direkt zu den Minions, also direkt auf die Botlane gegangen ist, hättest du eigentlich auch unten an... Äh, oben anfangen können. Das ist richtig. Stärke und Weisheit leiten mich. Stärke und Weisheit leiten mich. Und? Achso, ihr könnt für die Zuschauer, ihr könnt mal eingeben, Ausrufezeichen Chat wieder. Ausrufezeichen Chat könnt ihr mal eingeben. Das ist ja voll nett und meine Augen drehen irgendwie. So sei es. Mann, ich bin ganz schnell gestorben. Was ist mit mir los? Ich hab vergessen, meine Ulti zu machen vielleicht. Weil hier meinen Smash... Oder meinen... Meinen Duck... Meinen... Ey, ich bin voll am Ablusten. Die hauen mir hier... Ey, die machen mich voll... Die machen mich ja voll... Was ist denn mit denen los? Die machen mich total kaputt hier. Die machen mich total kaputt. Was ist denn mit denen los? Ich hab gar keine Chance gegen die. Hm? Bäm? Was ist denn? Es ist halt alles irgendwie komisch anders. Ich frag mich nicht, wie stark die jetzt sind. Ja. Wenn du merkst, dass es nicht geht, dann geh weg. Ja, muss ich ja. Ich bin ja gleich... Ich bin mal sofort tot. Was ist denn mit denen los? Ich hab keine Chance gegen die. Was ist denn hier los? Ich hab... Ich muss kurz nach Hause gehen. Also die LB ist Gott sei Dank gar nicht mal gut. Oh, das ist schon mal schön. Die Natal hat falsch angefangen. Die hat sich Schuhe gekauft. Mach lieber die Wölfe und Skill dann. Dadurch macht sie halt einfach überhaupt gar kein Damage. Ich hab grad ein bisschen hart an Lucky. Kampf liegt mir im Blut. Denkt dran, Leute. Kampf liegt mir im Blut. You smite. Ich muss mir ja smite machen. Smite, dynamite. Dynamite mit smite. Blutrausch. Jetzt komm ich wieder. Ich komme wieder. In den Krieg. Soll ich irgendwo ein Wort hinsetzen oder so? Oder ein Wart oder ein Wort? Hier vielleicht? Ein Verbündeter wurde getötet. Hier zum Beispiel. Da haben wir ein bisschen Licht im Jungle. Warte mal, hier kann ich noch einen hinsetzen. Nee, einen nehme ich mir auf die andere Seite. Ja, es sind immer mehr Wölfe hier. Warum kann ich denn keinen Smite machen? Oh. Ach nö, jetzt bin ich auch noch geflechtert. Ach, hör mal auf hier. Aber du solltest die kleinen Viecher auch nicht smiten, das wird fernsinn. Und nicht alle anhitten. Lass keinen überleben. Die rennen ja hinterher, alle. Ja, dann hau doch einen kaputt. Ich will ja auch hauen. Ey, die sind doch völlig verrückt, sind die doch. Du musst einfach nur immer einen nacheinander totschlagen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch schafft. Und ja, doch mit dem Leben denke ich schon. Du solltest nicht alle nacheinander anhitten, genau. Hättet den, bis er weg ist. Genau, jetzt den nächsten. So sei es. Das schaffe ich ja leichter den anderen. Mann, hier läuft auch alle Schie. Ja. Was ist denn hier los? Ich komme ja gar nicht. Ich habe ja voll den. Oh, K6 ist mit. Was ist denn hier los, Mann? Ich bin tierisch am Ablosen hier im Dschungel. Im Dschungel, Mann. Ach, okay. Und das muss ich jetzt halt auch mal schlafen. Was, komm mal runter auf dein Level. Ich meinte damit, komm mal runter auf dein Level. Wann ist es weg? Oh, da scheint so. Das ist ja wohl nicht wahr. Was ist denn mit mir los, hier? Warum sterbe ich denn? Was, wo sagen? Kennen keine vor. Was, wo sagen? Oh, da hat er gefällt, schade. Oh, schade. Oh, so weit. Was, was, was. Ich glaube, ich habe diese Fähigkeit nicht gerade Vorteil gehabt im Moment. Ey, nun stirb doch mal bitte. Ey, die haben haut mir hier voll die Hucke voll. Jetzt muss ich schon vor dem wegrennen. Ja, ich schaffe den nicht mehr. Ja, glaube ich auch. Das ist halt einfach richtig dumm. Da steht ja die geringe Chance, dass sie tatsächlich... Launebär, Hallöchen, Launebär. Vom Schicksal bestimmt. Wenn das nicht der Fall ist. Wir haben ja das Creeps reingepackt in den Jungle. Könnte ich den Blue hauen? Launebär, guck mal, ich bin auch ein Bär. Das wäre cool. Was, was? Was? Und ich, ich... Äh, Marna nicht, aber 20% A-Produkte. Aber ansonsten, wenn du das Marna will, brauchst... Hey, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann halt die AP gut brauchen. Ja, los, Tom, schieß den ab, Tom. Das ist auch nicht schlecht. Nur halt Marna, brauch ich nicht. Sag mal, A, S, D. Warum gehen denn die Tasten denn? Was ist hier eigentlich los? In den Krieg. Ja, in den Krieg, Bärchen. Du sagst es doch leicht. Ich hab ja... Ja, die haben sich wiederholt. Was ist denn jetzt? Ich verstehe das nicht. Ja, ich dachte schon, bei der Macht von Grazgar. Und mein Gewinn. Dann hab ich jetzt mal nicht zum Shop laufen. Was ist... Was ist denn? Ich verstehe die Welt hier nicht, Leute. Ich verstehe die Welt gerade nicht. Ey, ich hab nicht mal eine Chance gegen die. Ich seh total... Als hätt ich gar nicht. Als hätt ich nackig gegen die kämpfen. Mach ich irgendwas falsch? Du bist wahrscheinlich nicht. Ich hab, ich könnte dann nicht sagen, was. Nee, Mann, ja, nee. Die sterben alle nicht mehr. Ein Verbündeter wurde getötet. Meinst du, erreichst nochmal Level 3 dieses Game? Ein Verbündeter. Oh nein, ich bin Level 2 noch. Ich bin noch Level 2. Ach du Scheiße. Ich kann euch gar nicht helfen. Ich bin Level 2. Vorsicht da. Da ist der gegnerische Jungler. Also aufpassen. Ach nö, nicht der auch noch. Ich hab schon genug mit meinen Jungles zu tun. Ich habe keinen Mitleid mit Fighters. Also diese blöde A, das hilft mir gar nicht hier. Ich hab's halt nicht realisiert. Mein A hilft mir gar nicht. Ey, ich muss doch dem mal tot bekommen. Das ist eine Herausforderung. Ach, Alter. Ey, das verstehe ich gar nicht. Ey, ich fühl mich total, ich fühl mich total schlecht. Ich bin immer noch Level 2. Irgendwas muss da mächtig schiefgegangen sein. Ja, man, das läuft die ganze Zeit durch. Die sterben gar nicht weg. Die holen mir voll die Energie weg. Ich krieg voll auf die Mütze und hab gleich die Hälfte von meiner Lebensenergie weg. Es kann sein, dass da jetzt gerade der Fakt durchkommt, dass du halt nicht Level 30 und keine vollständigen Runen hast. Vertraue deinen Lebens. Oder ist meine Einstellung doch irgendwas falsch oder sowas? Nö, du hast einfach nicht das Level. Du hast nur die Hälfte der Marsflitsch und die Hälfte der Ruhm. Das heißt, dir fehlt einiges an Power. Ja, aber gar nicht. Die macht... Ich hab ja nicht mal... Ich meine, ich bin ein Tank. Die machen hier... Du hast gerade deine Passivist-Guard an. Die heilt dich noch ein bisschen. Da hättest du noch mehr machen können. Da hättest du gleich schon wieder aus. Und wenn die Reset kriegst du nicht, da kannst du wieder wegkern gerade. Du musst ein Camp Van in 1 mitnehmen. So heilt ich sie noch. Das Problem. Also ich hab letztes Jahr da nicht gesehen. Man, wo ist... Es ist halt einfach so stupid. Gegnerische Doppeltötung. Na, du musst einfach mal attacken. Du hörst immer auf und gehst wieder zurück. Hau einfach kontinuierlich drauf. Launebär. Hier ist das Spiel mit dem neuen Shem. Und erstes Mal im neuen... So sei es. Mann, komm, lass mir irgendwas kaufen wenigstens. Scheiße nochmal. Scheiße lose ich hier auch. Ey, das ist mein... So schlecht hab ich noch nicht mal bei meinem ersten Spiel mit Garen gespielt. Noch nicht mal mit Garen war ich so schlecht gewesen. Ich hab das Gefühl, ich bin hier nackig. Ich bin hier ohne Bärchenhaare oder sowas. Der Donner ruft. Der Donner ruft. Ja, dann mach mal Bärchen. Hau da mal auf die Glocke da, Mann. Hau da mal drauf. Bärchen. Du bist ein Bär. Ach, der doofe Gangler. Hau ab, ich hab keine Zeit für... Oh, da sind sogar zwei. Lass mich mal jetzt meinen... Oh ja, nee, ich geh woanders shimmeln. Ich kann euch sowieso nicht helfen mit Level 2. Ich geh woanders hin. Hier ist mir zu viel Stress da unten. Oh, ich bin so nutzlos. Ich bin so nutzlos. Oh nein, oh nein. Jetzt du da, komm her jetzt. Du kippst halt auf die Nüschel. Du kippst halt auf die Nüschel. Du kippst halt auf die Nüschel. Jo, ich bin noch nicht da. Kippst auf die Nüschel. Los jetzt. Ich krieg dich tot. Ja, zittert von meinen Gewohnen. Na, endlich mal, Mann. Gib mir mal mehr. Gib mir mehr. Los, jetzt ein D drauf. Ja. Jetzt. Endlich. Mann. Oh, verdammt. Kampf liegt mir im Blut. Ja, dann zeig das doch mal, Bärchen, Mann. Du lässt mich voll hängen. Kampf liegt im Blut. Wo denn? Komm, wir hauen den Gronkhardt auf die Nüschel. Komm, wir gönnen dich. Ich hatte das schon so viel Schaden. Mach das. Ja. Ja. Jetzt. Ich habe keinen Mitleid, Feigling. Dominierend. Dominierend. Bin ich das? Ja, dominierend. Macht der für komische Faxen hervor. Ah, gut, dass er gerade kommt. Bei der Macht von Freya. Bei der Macht von Greyskull. Ja. Jetzt ist Bärchen. Achso. Ja, das wäre eine gute Idee. Bärchen hat er noch. Oh Mann, oh Mann. Ich muss dranbleiben. Ich muss dranbleiben. Warte mal. Ich habe jetzt keine. Ich muss gerade. Ich habe. Mach doch mal. Hau ihn doch mal auf den Kopf. Nochmal. Trink noch was nach. Du brauchst, glaube ich. Los jetzt. Kann doch nicht wahr werden. Ist das hier der Endboss? Ist das hier am Berg? Los. 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 Du schaffst. Los. Du schaffst ihn noch. Du schaffst ihn noch. Ja. 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 Hier gucken Sie, wie im Jungle abgeht. Oh. Jetzt. Ja, was meint ihr, was hier los ist? Ich habe gegen ganze Horden gerade gekämpft. Ganze Armeen waren es gewesen. Level 5 auch. Gleich Level 5 gewonnen. Ursachen kennen keine Furcht. Ja, mehr, mehr. Das war knapp. Oh, da ist eine Bombe. Das ist unschön. Danke für's den. Ja, man muss sich da durchlaufen. Oh, danke. Wir sind safe. Du da. Komm, YOLO. Ja, jetzt kommt du noch hinterher, du. Ich kann nur leider meinen Schaden noch nicht richtig einschätzen. Aber sonst bin ich voll dabei. Oh, schade. Sag mal, hört ihr meinen Schrein durch... Du bist nicht mehr voll dabei. Hört mal meinen Schrein durch überall, Leute? Nee, komm mit durch die Fliege. Da unten. Jetzt. Was existiert? Strike. Ah ja. Get baited. Oh. Da kam gerade einer, um mich zu töten. Oh. Oh. Oh, nö. Mann, hab ich mich verkauft? Nee. Ich hab keinen verkauft. Hm, da wird die Mitte jetzt fallen. Jetzt hat er mal fett eingekauft. Jetzt. Der Donner ruft. Keine Angst, ich hab gleich Level, ich hab gleich Level 20 hier, dann helfe ich euch. Okay. Das fing wirklich schlecht mit mir an, also ich sollte vielleicht doch dann oben, irgendwas ist da ganz böse schiefgelaufen am Anfang, ich weiß nicht was. Ich hab's leider auch nicht. Ursachen, keine keine Furcht. So, du da, wir haben beide noch eine offene Rechnung. Ja, Mann, jetzt. Was ist denn eigentlich meine Ulti? Oh nein, ach so. Ein Verbündeter wurde getötet. Oh, läuft zufällig. Ja, das... Das wäre nun mal mehr von den Viechern. Ich glaube, ich spinne. Oder was? Na, und alle anderen sind schon Level 80 wahrscheinlich hier. Ah, nicht gut, macht bestimmt Aua. Ah, gut. Auf dass der Sturm mir folge. Und ich bin so nutzlos. Alle haben wahrscheinlich schon den Endskill und ich bin so nutzlos. Ich würd euch also gerne helfen kommen, Leute. Ich bin Level 6. Oh, es geht sogar. Ja? Bald sind wir noch Level 8. Schicksal bestimmen. Oh, bei Tom, geht die ruhig in Top. Oh, okay. Ich würde schön nehmen, bitte. Ich würde sich das schreiten. Oh, schöne Ulti. Was ist denn meine Ulti eigentlich? Was macht die? Äh, die gibt dir verstärkte Mordhütze. Deine normalen Angriffe machen dann Elektrowellen. Ach, dann kann ich die im Jungle benutzen, oder? Äh, nee, lieber nicht. Das wird sich eigentlich zu wenig cool. Also theoretisch jetzt zum Ausprobieren kannst du es machen. Aber eigentlich sollte man das nicht. Ich probiere es mal aus. Ist das eine Herausforderung? Oder auch ein Top-Lang. Das ist ja ausweisend mehr wert, als die Jungle Creeps, wenn du da für so lange brauchst. Ich wollte es mal sehen, was das ist. Wurden wir ja wenigstens einmal gesehen haben. So sei es. Wo sind die, wo ist hier die, wo ist denn hier die Kröte? Der Red Buff ist ab. Der Donner ruft. Wo ist das? Boah, Mann. Das ist schitzig. Joop, fremal. Ihr könnt ja mal wieder ausruhen und seinen Chat eingehen, wenn ihr wollt. Ab dich. Bei der Macht von Freljorn. Ja! Ach, das Messer ist da hinten rein. Vorsicht, links Kavix. Autsch! Oh, haut doch mal ab! Kann ich schon was kaufen? Ja. Das schon wieder geholt. Ich bring das im Jungle zu machen. Ich spiele erst seit heute. Ich fieber voll mit, Kosi. Ein Gegner wurde getötet. Melly ist voll mit. Melly ist voll mit am Mitfiebern. Das ist gut, Melly. Wer fiebert noch mit? Wer fiebert mit Kosi mit? Mir drehen die Augen weiter. Das ist wahrscheinlich die Angst. Dieses A scheint mir irgendwie nicht zu helfen. Obwohl, ich muss dieses A, glaube ich. Auf dass der Sturm mir folge! Lata! Lalalala! Lalalala! Kommt sie nicht! Weiß ich nicht. Achso, sie kann ich halt nicht hören. Sie ist nicht im Test. Aber ich ping doch die ganze Zeit. Ich bin gleich tot. Kampf liegt mir im Blut. Nein, nicht sterben, Sarah. Sie versteht es halt nicht. Da kommt noch mal Dings. Ich kann euch leider nicht helfen, komm. Ist okay. Aber jetzt gibt es Fratzengeballer. Jetzt gibt es Fratzengeballer. Jetzt gibt es Fratzengeballer! Die werden immer kleiner, die Dinger. Kann mal all die wahr sein. Junge, Junge! So sei es! Was war denn jetzt dieses Gebröber? Aber ich werde mal auf Q weiter skillen. Vater, lass das sein! Oh, Solomio! Mach mal jetzt hier einen Drake! Äh, der ist nicht mal da. Schicksal bestimmt! Du konntest das auf der Map sehen. Der kommt erst in zwei Minuten wieder. Hallöchen! Da ist der wieder! Hier! Pass auf die Mütze! Ein bisschen brüllen! Ja, na also! Jetzt gehts doch! Hopps! Komm, lass uns tanzen, Baby! Ja, Mann! Jetzt mach ich endlich mal Schaden. Ah, mit euch hab ich noch ein Hühnchen zu rupfen, ihr Viecher hier. Hier, gehst du auf die Müsche! Ich geh mal zur Topline. Mach doch mal die Tasse! Mach doch mal die Tasse! Lass keinen überleben! Lass sie auch nicht! Alle tot? Ah! Das hab ich's euch gegeben, ihr Viecher hier! Ich bin hier der König im Jungle! So! Ein Gegner wurde getötet! Königin! Du auch hier! Komm, hier! Genau! Dann zittert vor meinem Gebrüll! Ja! Doppeltötung! Warte! Wenn ich gerade jetzt könnte, wäre das viel besser. Ein Gegner wurde getötet! Also! Können wir burnen? Nee, wir sind nicht wirklich tanky! Also doch, wenn Cosi bist du! Nee, Cosi ist auch nicht wirklich tanky! Nein! Achso, braucht das Nathalu? Dann lass ich ja das! Nee, das bin ich! Ich wollte dir eigentlich nur helfen! Achso, ich dachte so, jetzt siehst du auch gerade! Ja! Dann okay! Ich dachte, das ist Nathalu! Warte, die spielt doch mal diese Sternwächlerin! Ja! 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 Total nett! Total nett! Ja! Manchmal bin ich nett! Ja! Huiii! Grom fliegen lassen! Ich hab den 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 Grom fliegen lassen! Wir versuchen, eine Tower zu kriegen! Ertraue deinen Instinkten! Euer Team hat einen Turm zerstört. Wer ist denn gottgleich? Das könnte ich voll gewesen sein, aber ich bin danach gestorben. Also jetzt bin ich es nicht mehr. Du bist nicht mehr Gott. Eben warst du ein Gott und dann bist du gestorben. Habe ich auch verdient. So schnell liegt gerade einer am Dreck. Guck mal, liegt einer am Dreck. Warte mal, ich mach mal. Das ist so unglaublich kalt. Das ist lächerlich. Muss ja mal sein, oder? Muss ja mal sein. Logisch. Man muss die Gegner destabilisieren. Bei der Macht von Grayskull. Bärchen, du hast heimlich bei der Macht von Grayskull, sagst du immer. Ich weiß es. Bei der Macht von Grayskull. Jetzt haue ich euch die Mütze. Endlich werde ich zum Bär. Zum Bär-Serker. Jetzt werde ich zum Bär. Zum Bär-Serker. Auf dass der Tod euch schnell ereilt. Ein bisschen Blitze kann nicht schaden. Und dann hat man immer so ein bisschen Disco-Queen-mäßig. Was ist denn hier los? Hier ist gar keiner. Warte an, nehmen wir mal mit. Wer wollte denn die Sorak-Krüppchen? Oh nein, ich habe meine Bumse benutzt. Oh, was soll er? Lauft schon. Ich finde, dass sie so eine große klappert. Dann macht man ja mit, oder? Macht man mit. Da ist man ja... So frei muss man ja sein. Hat er ja auch machen können. Na ja, nee, nicht zu viel. Aber erst muss man noch ein bisschen im Summe bleiben. Ich könnte es immer sein, dass sie werden. Ta-dam, ta-dam. Yes. Shopping-Time. Warte mal. Vorne waren ganz viele Falle. Und dann hier doch, wenn richtig. Zack. 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 Touchdown. Warte mal, habe ich alles gekauft? Wow, voll geil und mach. Jetzt geht ab. Jetzt fliegt der Wehr. Da hat er sich jetzt vor mich gestellt, bis ich raus bin. Dann ist alles okay. So, jetzt bin ich, äh, wie, welchen Level sagt ihr so? Ich bin elf. Äh. Kann ich euch helfen? Komm mit Level elf oder eher nicht? Ja. Stärke und Weisheit leiden. Ja oder nein? Ja, du kannst bitte mit Toplane gehen. Toplane. Ich bin sowieso, hier ist gerade nichts zu kaufen hier im Jungle. Dann gehe ich Richtung Toplane. Also, ist gerade keiner da. Hier, okay, wo sind denn alle? Ach, ich komme auch. Paco. In den Krieg. Aber da ist was für mich. Warte, hier ist was für mich. Ich muss das erst haben. Ich muss das erst haben. Nächstes schon mal den umgelassen. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Ich bin da. Ich bin da. Was? Komm fliegen. Er ist noch da. Drake, weg und Kosi. Kommst du mit zum Drachen? Zum Drachen? Zum Baron? Zum Drachen. Rechts. Zum Drake. Ja. Zum Drake. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht, ich komme nicht. Ich komme nicht dran. Warum konnte ich jetzt da nicht hinterspringen? Erwette hatte das zu Hause noch cool. Warum? Es ist ein Todes-Todes-Ei. Du musst dann ja auch nicht los. Geh einen Stitten näher ran. Geh hinter ihn und dann geh näher ran. Ja, okay. Hat auch geklappt. Aber das wäre gefährlich. In den Krieg. In den Krieg. Vater, geh runter. Schildkröte schmeißen. Ich kann Schildkröte schmeißen spielen. Ich will mal ein paar Gegner durch die Luft schmeißen. Guck mal. Ja, müssen wir gemeinsam machen. Was? Gegner durch die Luft schmeißen? Ja. Wo hast du uns, damit wir die auffangen können? Oh, die habe ich jetzt aber platt gemacht. Habt ihr gesehen? Vorhin habe ich keine Chance gegen die. Und jetzt Batsch, Batsch, Klatsch, Klatsch. Alle weggeklatscht. Ja, vorhin haben die mich so dramatisch getötet. Das war schon nicht mehr schön. Das war schon völlig... Das war schon Mobbing. Das war Jungle Mobbing war das. Man springt doch nicht immer alle so umher. Ja, ich habe jetzt kein Mitleid mit euch. Ich habe vorhin auch kein Mitleid mit euch. Volle Matsch alle. Jetzt seid ihr alle Matschbrot. Alle Matschbrot. Ich meine, meine cool ist mir komplett. Wenn ich auf Wunsch kommen soll, sagt mir Bescheid, okay? Ich bin agromäßig... Ich mache mal Gronkh schleudern. Hui! Gronkh schleudern. Achtung, warte mal, Gronkh, du kriegst mal auf die Mütze. Achtung, dich! Boah, der Ding hat gesessen. Oh, guck mal, da war ein kleiner Gronkh. Da war ein ganz kleiner Gronkh gerade. Oh, oh. Oh, da kommt gerade. Oh, das war ein Gegner. Hoppala. Na, bist verwirrt? Hier bin ich. Jetzt kann ich eine große Klappe haben. Jetzt kann ich eine große Klappe haben. Ja, ich bin stärker geworden. Tschüss. Auf das der Sturm mir folgen. Was, soll ich irgendwo hinkommen? Ja, hier. In die Mitte. Warte, ich komme gefährlich durch den Jungle. Durch den Jungle. Jungle Bangle. Guck, guck. Soll ich ranspringen? Warte, welchen Level haben die denn? 13, ich habe was? 12. Ich habe ja keine Schaden. Dann gehe ich wieder. Tschüss. Warte mal, hier war noch ein Kurzbeck, ja. K6 ist auch. Und Jinn ist auch, ja. Ich renne mal weg. Na, dann darf ich aber nennen. Mein Mittel kann ich nicht. Ich gehe mal hoch zur Toplane. Was, ne fette Minion-Wayne. Also, hopp mal. Oh, schön satt gemacht. Kann ich schon was kaufen? Ja, ich kann mal's kaufen. Unlucky, da sitzt der Jungle. Oh, zum Jungle würde ich nicht hingehen. Pass nur auf, du. Schneckles! Schneckles! Hallöchen, Schneckles! Ja, ich merke schon. Warte mal, Schneckles war doch Sarah gewesen, oder? War das nicht Sarah gewesen? Ja. Das war die Sarah. Das war Sarah, genau. Ich war gerade Sarah. Hallöchen, Sarah. Ja, mit dem Bärchen, du hättest den Anfang mal sehen sollen. Du hättest mal, der Anfang war ganz und gar nicht... Das Einzige, was da geklappt hat, war, wenn ich, ähm, wenn ich umgekippt bin. Ja, deshalb, wenn ich klappt, geil. Aber jetzt... Oh, guck, Bärchen! Kann man mir auch nicht mehr helfen? Ja, jo. Oh, Gott. Bei der Macht von Bärchen! Bei der Macht von Grayskull! Der Gegner hat einen Turm zerstört. Was, 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 was? Das sind Gegner am besten. Oh, ja, da ist er. Warte, jetzt muss ich helfen kommen, oder? Was macht ihr da? Oh, ja, guck mal, wo die betötet. Aber, naja, eher an den zweiten komm. Am ersten komm, also am dritten komm. Am zweiten komm, also am zweiten komm. Nicht oben rum. Hier, 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 hier. Ja, jetzt da durch. Links durch. Links, unten, jetzt kommt ja auch schon. Dann da durch. Cosi, das muss schneller sein. Ich bin doch noch Einfänger. Ich komme durch den Wald und mache alle kalt. Ich weiß, dass ich ihn nicht anspringen kann. Ein springender Bär, der wäre ziemlich schwer. Das liegt mir im Blut. So, ich muss auch noch zurück. Ich habe hier was gesehen. Ich habe Schmangel im Wald gesehen. Und zwar da, oder? Oh, der ist weg. War der nicht eben noch da gewesen? Nee, da war er gewesen. Wo bist du denn? Ach, nee. So sei es. Okay, dann du doch. Komm her, hier. Yes. Lasst keinen überleben. So, jetzt kann ich mal ein bisschen mehr auf die Karte gucken, wo ihr, was ihr so alle treibt hier. Oh, hier. Hier läuft eine Wave auf der Bot Lane. Oh, dann nimm sie dir. Echt? Keiner von euch? Ja, gerade kannst du es gut nehmen. Wir sind hier weiter weg. Oh, wir sind aber eine Menge. Wir sind keine Ganker. Aber wir wissen nicht, wie ich das ist. Kann ich ja meine Ultima machen, ey. Kann ich auch eine Wave meine Ultima machen? Äh, äh, du kannst, aber du solltest es nicht tun. Was? Äh, die Ulti für eine Wave nix. Achso. Okay. Ich habe eigentlich nur für Gegnerische Champions gedacht. Oh, schade. Stärke und Weisheit leiten mich. Also, also ich glaube, dieses... Oh, okay. Wave, Wave's Wettmachen ist nicht seine Stärke, glaube ich. Das ist nicht seine Stärke. Hm, es geht. Nicht so richtig. Weißt du, wie wir wohl empfunden? Dazu, danke. In den Krieg! Oh, verdammt. Oh, ist egal, ist egal, ist egal. Ich schade. Komm ein Stück zu mir, komm ein Stück zu mir, komm ein Stück zu mir. Natalou, komm ein Stück zu mir, Natalou, komm ein Stück zu mir. Warte mal. Die Gegner wurde getötet. Doch, ich kann was kaufen. Terminiert. Ach, schade. Muss man ihr vielleicht nochmal sagen, dass sie auf die Pings reagieren soll? Ja. Da bewegen sich welche im Chat. Ganz gefährlich, kann das sein? Ja, ich gehe schon die ganze Zeit immer wieder raus und brande welche und alles. Der Donner ruft. Da müssen welche gebannt werden. Deine Fragen sind auch grenzwertig. Sag Melly. Melly. Melly ist da. Dann ist Sarah ist da. So, sage ich. Ich frage mich auf Melly 2 da. Babu ist da. Bababu ist da. Bei Bababu muss ich an irgendwas denken. Ich bin bloß noch nicht drauf gekommen, an was. An irgendwas muss ich bei Bababu denken. Ich weiß bloß nicht an was. Bababubs? Nee, irgendwas anders aus meiner Kindheit. Stärke und Weisheit leidt mich. Was liegt denn da? Da liegt was. Was streift die eigentlich alle durch? Was streift die eigentlich alle durch meinen Jungle? Boah, alle fliegen ja durch die Jungle. Oh, da kommt Tare. Alter. Boah, ich bin aber nicht gestorben. Ich bin aber nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ja, schön. Posi, helft uns nicht direkt mit dem. Auf den ja rinnt sich los. Ja, rennt zu mir. Bist du beide raus? Oh, nicht zu mir, Bess. Ja. Ja, rennt, Posi, rennt, rennt. Musst du es nicht wegrennen. Boah, bist das eine Herrfrau. Boah, ist das ziemlich schade. Wenn du mal mit uns gäbe, ich könnte tatsächlich was machen. Der hat aber lange gebraucht, um mich zu töten. Ja, eben. Du bist erstaunlich mächtig. Ja, ja, das wollte ich mal jetzt testen gerade. Ich wollte den Test, wie lange ich jetzt... Sie hat gut aufgeholt. Ja, 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 ich bin gar nicht... Ich hab jetzt ein dickes Fell bekommen. Ja, ich hab jetzt mein Winterfell nämlich. Ja, Mann, ich hab jetzt mein Winterfell drauf. Ist das das Warwick-Item-Bild, was du da grad baust? Ja. Dann, okay, das war jetzt in der Situation eben stark. Aber eigentlich solltest du das mit Wodi-Bear nicht bauen. Ich dachte, ich sollte das. Ich hab doch nichts anderes. Ja, ja, Mann, du musst das klären müssen. Ich hab doch nichts anderes. Das ist Wodi-Bear nicht so angebracht. Na, es geht. Gegen Twandle im 1.1 scheint es stark zu sein. War doch schon gut. Man sagt, Melisa, war doch schon gut. War, glaube ich, schon Baba oder so bei der Kinder-Sendung. Baba-Papa, ja, Baba-Boo. Kommt zur Familie, Baba-Papa. Auf, dass der Sturm mir folge. Kommt zur Familie, Baba-Papa. Baba-Boom, Baba-Schlumpf, Baba-Mama, Baba-Papa, Baba-Kosi, lala. Baba-La. Nata-Lund lebst gefährlich. Da sind überall Gegner langgegangen. Ja, ich? Wer ich liebe gefährlich? Nein. Ne, die Nata-Lund. Die hört mich ja nicht. Am Limit. Da müssen wir das Nata-Lund mal sagen, dass sie auf Pings reagieren muss. Ja. Aber ich reagiere auch immer nicht, weil ich noch Anfänger bin. Es kann sein, dass Nata-Lund das auch noch nicht vielleicht so kann. Ich habe keinen Mitleid. Ich habe den Weg nach unten. Wunderschön. Der Djinn ist immer noch hier im Pitch. Ich bin stark geworden. Ich habe Munkis bekommen. Go check. Oh, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Vorsicht, Vorsicht, bitte. Ich brauchte den. Oh. Ich überlebe gar nichts. Beide doch mal. Schade. Ich bin da, ich bin da. Der Bär ist da. Das habe ich vor nicht gedacht, Leute. Der Bär ist in... Ich habe das nicht gesehen. Der Bär ist in der Haus. Oh, Gott. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe mich nach hinten. Wo ist er? Nee, das hast du doch vorher schon aktiviert. Ja, mein Bär. Wo ist er? Scheiße, ist er weg. Kann sie halt echt nahartig. So sein. Mein Bär hat gerade nicht... Ich und mein Bär, wir haben uns gerade nicht verstanden. Der Bär ist einfach stehen geblieben. Mein Bär hört einfach manchmal nicht. War es sechs bei mir? Vertraue deinen Instinkt. Wollen wir jetzt den Bär machen? Nee, wir können die nicht einfach machen. Die kommen sonst. Bleib beim Team. Hinter dir wird gekämpft. Ich? Wir brauchen dann Hilfe. Da wird gekämpft. Das sagt doch was. Ich komme doch gerne. Wo ist es denn? Ach, da. Der Donner. Ah, die fliegen alle da. Boah, was ist denn das? Da hat einer eine Pyramide angestellt. Was ist denn das? Ich mache halt einfach... Zero Damage. Das sei ja geil aus, Keine. Jetzt werden wir alle wieder weg. Der Typ hat sich einen Benjis geholt und einen... Was hat er sich noch geholt? Schlund. Moor hat er sich noch geholt, ja. Warte, ein Moorhuhn? Moorhuhn, ja. Der hat sich einen Moorhuhn geholt? Der hat einen Moorhuhn geholt? Der hat einen Moorhuhn geholt. Der war richtig gut. Da kauf sich einer Moorhuhn. So, zack. Daher das ist ein bisschen. Witzig. Stärke und Weisheit leiten mich. Stärke und Weisheit leiten mich. Wie einfach die Pflanze unter deinem Schmerz. Das ist regne, ist legendär. Gemeint. Bin ich... Ich will auch mal legendär sein, Mann. Okay. Auf dass der Sturm mir folgt. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab meine Ultimation. Verdammt. Ach. Oh, der wär schon tot gewesen, hätte ich meine Ultimation gefehlt. Komm. Ja, schön. 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 Nö. Schön schön. Schön schön stößt. Was ist die Maut? Was ist die Maut? Oh. Oh, ich hab mal. Wow. Hab ich was tot gemacht? Uh, weg, 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 weg. Der doppelt. Was? Ich hab der doppelt. Gegnerische Doppeltötung. Und einen Augenblick warten. Egal, ich kann die Blut machen gehen. Bis gleich. Bis gleich. Der Schürzenjäger hat uns getauert. Auf das der Sturm mir folge. Der Schürzenjäger hat uns getäuscht. 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 Das Playgun funktioniert mal nicht. So, warte mal. Zack. Dann gehe ich aber noch mal kurz nach oben, beenden erst mal die Aufnahme, oder? Okay. Ich frage mal nicht, wie lange haben wir jetzt eigentlich aufgenommen? Wie lange werden wir aufgenommen haben? Auf jeden Fall, das Spiel ging ja schon 40 Minuten oder so. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Aufnahme. Wenn wir zwei aufnehmen, dann wird es eine ziemlich lange Loll-Aufnahme, denke ich mal. Das dauert dann wieder so lange mit dem Hochladen alles möglich. Was ist los, Amy? Genau, dann... Hast du Angst vor den Katzen? Dann gehe ich mal kurz nach oben, wenn wir die Aufnahme, okay? Und dann können wir noch eins machen. Ja. Okay. So, dann... Für die YouTube-Leute erst mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht, wir werden das noch eins machen. Vielleicht, wenn wir es gewinnen, verlieren. Ich weiß nicht, ich werde auf jeden Fall jetzt noch was anderes spielen. Also, Bärchen hat ganz schön böse abgelust am Anfang. Aber zum Schluss ist es auch immer fett gekommen, oder? Richtig fett gekommen. Vor allen Dingen, wenn man den gut spielt, dann hält der eine Menge ausbestimmt. Der kann richtig was einstecken. Ich habe es bei den einen Kampfruhen... Die haben ganz schön auf mich rumgekloppt, oder? Und die haben mich nicht so schnell totbekommen. Unterstützung 3 habe ich gegeben. Zehnmal. Ich bin gerade zehn störbar. Das heißt, ich bin noch nicht zehn. Also, ich bin noch unter zehn. Also, zehn heißt unter zehn. Ja, über elf heißt dann zehnmal gestorben. Und ich habe einen Champion getötet auf jeden Fall. Mit Papa Wuli. Mit Papa Wuli habe ich einen Champion getötet. Ja, Mann. Yes, get ready. Habe ich noch irgendwas bekommen? Mal gucken. Guck mal, 10.200 habe ich bekommen. Ja, Mann. Voll geil. Und kurz mal gucken. Für die YouTube-Leute. Ihr wisst ja, vielleicht haben wir ja was abgestoppt. Ein Schlüsselfragment oder sowas. Nee, haben wir nicht. Aber lass uns kurz die Truhe wieder angucken. Nur kurz. Nur mal kurz genießen wenigstens. Da ist er wieder. Meine Truhe. Und ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Könnt ihr das sehen? Hier unten. Und hier unten könnt ihr das sehen. Ich habe einen Schlüssel. Eine schöne Glitzertruhe. Ich habe eine schöne Glitzertruhe. Okay. Dann erstmal Aufnahme beenden. Und guten Morgen. Schlaft schön. Ihr wisst ja, YouTube. Für die YouTube-Leute, die es gerade sehen. Schlaft schön. Guten Appetit. Macht nicht so doll. Jetzt ein bisschen aus der Wanne steigen. Sonst weißt du auf. Und denk dran, beim Fallschirmspringen jetzt die Reißleine ziehen. Und bei Achterbahn schön angeschnallt bleiben. Okay? Und nicht rausspringen. Okay. Dann Aufnahme beenden. Sieht komisch aus, oder? Ich mach mal kurz minimieren. Geht das so hier? Nee, das geht nicht. Was ist denn das? Das sieht jetzt komisch aus, oder? Ich schreib mal kurz hier zum Schluss. So. Hier ist ein wunderbares Schlüssel-Sagebild, oder? So. Also, Aufnahme. Stopp. Stopp.